Die Europas größte Hochseilshow von der Hochseiltruppe Geschwister Weisheit wird vom 25. bis zum 27. Mai zum wahren Highlight des 35. Stadtfestes in Parchim. An allen drei Tagen werden die bereits beim Zirkusfestival in Monte Carlo mehrfach prämierten Artisten ihr einzigartiges Können zeigen. Am Ziegenmarkt werden insgesamt 13 Mitglieder der Zirkusfamilie Weisheit auf 12 Meter Höhe eine Darbietung unter freiem Himmel abliefern. Dazu gehört auch eine Motorradshow bis 40 Meter Höhe und als Krönung waghalsige Kraftakrobatik auf einem 62 Meter hohen Mast. Auch weitere Highlights dieses langen Wochenendes warten auf die Gäste. Also neben der Hochseilshow der Geschwister Weisheit, der größten europäischen Hochseilshow, werden wir um die Geornkirche dieses Jahr einen kleinen Mittelaltermarkt haben. Also das ist auch was Neues, auch ein neuer Standort und wir sind gespannt, wie das angenommen wird. Also von einer kleinen Bühne mit Mittelaltermusik, Gauklern, Tavernen, für Kinderaktionen wird es was geben durch die Mittelaltergeschichte. Das denke ich mal ist eine zweite schöne Sache. Auf jeden Fall zu erwähnen sind auch Rockparty mit Antenne MV, Comedy-Zauber-Akrobatik-Show Florin und Kato, schottische Dudelsack-Musik vom Clan Mecklenborough, sowie die Proklamation der Schützenkönige. zum Beispiel Trump Vielen Dank.